Unser zentraler OP-Bereich umfasst sieben Fachdisziplinen und wird von einem interdisziplinär agierenden OP-OTA-Pflege-Team betreut. Ich instrumentiere, bin quasi die rechte Hand vom Operateur. Also alles herzurichten, was für diese OP an diesem Tag, für diesen Punkt benötigt wird. Wir haben 20 Zähle und das ist schon wirklich viel. Wir haben wirklich alles von einer kleinen OP, wie es große Schnittoperationen, laparaskopische Operationen, Endoskopie. Roboterassistiertes Operieren mit dem Da Vinci. Es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten am Klinikum. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Dinge, ob es sportlich ist, gesundheitlich oder was wir auch haben, ist ein ganz tolles Kaffee. Mein Job ist einfach verantwortungsvoll und es macht mir Spaß. Für mich wie ein zweites Zuhause. Sie haben Lust auf unser Team, dann bewerben Sie sich. Wir freuen uns auf Sie.